Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um einen Luftentfeuchter. Genauer um einen Luftentfeuchter der Marke Kankteixin. Den habe ich zum Testen gestellt bekommen, deswegen werdet ihr hier oben auch irgendwo im Video Werbung stehen sehen. Mein Test bleibt aber wie gewohnt trotzdem objektiv. Die erste Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, wozu das Ganze eigentlich? Der Hersteller wirbt damit, dass man damit Feuchtigkeit aus Schränken, also Kleiderschränken oder Schubladen bekommen kann. Ich habe es aber als allererstes mal in mein Bad gestellt, denn nach dem Duschen ist er immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Raum, die zu Schimmelbildung führen kann. Deswegen habe ich ihn erst mal da getestet. Außerdem habe ich ihn dann auch mal ins Auto und in meinen Kleiderschrank gestellt. Zunächst mal schauen wir uns an, wie das Teil eigentlich funktioniert. Im Lieferumfang selbst ist nämlich einmal dieser Zylinder, das ist der Luftentfeuchter selbst, und eine kleine Station zur Regeneration des Luftentfeuchters. Und um den Luftentfeuchter zu verwenden, stellt man ihn einfach dahin, wo man möchte, dass er die Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnimmt. Denn in ihm sind kleine Silikate, also so raure, kleine, runde Kügelchen. Die können Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und anschließend speichern. Jetzt ist es so, dass man an der Oberseite von dem Luftreiniger ein kleines Schauglas hat. An dem sieht man die Farbe der Kügelchen. Und sind die orange, dann ist der einsatzbereit. Die Kügelchen sind soweit trocken. Und laut Hersteller sollen sie sich grün färben, sobald sie Feuchtigkeit aufgenommen haben. In der Praxis ist das in meinen Augen nicht ganz so. Also generell, wenn man ihnen die Reinigungsstation getan hat, in die Entfeuchtungsstation, dann sind die Kugeln auf jeden Fall grell orange. Allerdings, wenn der Entfeuchter dann Feuchtigkeit aufgenommen hat, werden sie in meinen Augen eher dunkel orange oder beziehungsweise generell sehr dunkel. Die orange Farbe bleibt aber dennoch erhalten. Aber man sieht ja trotzdem deutlich, dass etwas passiert ist und man erkennt, dass er Feuchtigkeit aufgenommen hat. Als ich das Teil bekommen habe, habe ich es erstmal in mein Bad gestellt für so 3-4 Tage. Und da ist mir aufgefallen, dass die Kügelchen tatsächlich drin dunkler werden. Allerdings nicht grün. Ich habe dabei mehrmals geduscht in dieser Zeit. Und dementsprechend sollten sie einiges an Feuchtigkeit abbekommen haben. Nachdem sie immer noch nicht grün wurden, habe ich sie dann nochmal für 3-4 Tage ins Auto gelegt. Hier hat sich aber die Farbe nicht mehr weiter geändert und dann habe ich ihn in der Regenerationsstation. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser dunkel orange Ton, den ich euch auch mal zeige, dafür steht, dass er nicht mehr mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Jedoch habe ich ihn nicht länger als 2 Wochen nicht entfeuchtet. Und dementsprechend kann es auch sein, dass er tatsächlich noch dunkler wird. Allgemein habe ich den Entfeuchter im Bad, im Auto und im Kleiderschrank getestet. Im Kleiderschrank ist mir speziell aufgefallen, nachdem ich frisch gewaschene Wäsche reinsortiert habe, dass er tatsächlich nach 2 Tagen schon etwas dunkler wurde. Dementsprechend hat er auf jeden Fall auch Feuchtigkeit aus dem Kleiderschrank aufgenommen. Wie viel das jetzt tatsächlich im Alltag bringt, kann ich allerdings nicht sagen, denn ich hatte bisher kein Problem mit Feuchtigkeit in meiner Wohnung. Aber ich kann sagen, er nimmt auf jeden Fall Wasser aus der Umgebungsluft relativ zügig auf. In meinen Augen ist das Außergewöhnliche an diesem Entfeuchter aber eigentlich eher die Station, mit der er ihn regeneriert. Man kennt es vielleicht mit solchen Kissen, die auch Feuchtigkeit aufnehmen sollen, dass man die dann eine Zeit lang mal in die Mikrowelle legt oder auf eine Heizung legt. Hier ist eben so eine coole Station dabei, die kann man am Stromnetz anschließen. Dann blinkt sie erstmal weiß und wenn man dann den Entfeuchter oben reinstellt, dann betätigt sie da oben so einen Knopf und die Station beginnt, warme Luft oben rauszublasen. Währenddessen blinkt die LED vorne dann grün. Das dauert dann circa zwei Stunden. Dabei kann es laut Hersteller sein, dass ein bisschen Dampf sich im Raum entwickelt. Das konnte ich jetzt nicht feststellen, aber vielleicht hat er auch einfach noch nicht die volle Feuchtigkeit aufgenommen gehabt. Und nach diesen zwei Stunden hat die LED dann wieder angefangen weiß zu blinken. Die Station ging aus und der ganze Vorgang war fertig. Jedoch würde ich euch nicht empfehlen, die Station irgendwie dauerhaft eingesteckt zu lassen. Denn es muss ja nun mal irgendein Haustier oder irgendwas anderes auf diesen Knopf da oben kommen. Und das Ding beginnt zu heizen. Und da kommt wirklich warme Luft raus. Dementsprechend würde ich da nichts riskieren wollen. Obwohl mein Eindruck von dem Luftreiniger generell positiv ist, gibt es auch ein paar Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall anmerken muss. Zum einen ist, seitdem ich den Luftentfeuchter geliefert bekommen habe, das Schauglas oben schon verkratzt gewesen. Das könnt ihr auf den Bildern sehen. Das finde ich einfach nicht schön und es erschwert auch, wenn man, ich sag mal, bei Tageslicht drauf schaut, zu sehen, welche Farbe die Kügelchen gerade eigentlich haben. Außerdem steht der Entfeuchter eher wackelig in der Station, sodass ich schon Angst hatte, dass wenn man rankommt, dass er dann einfach rausfällt. Tatsächlich kann man an der Station wackeln und es passiert eigentlich erst mal nicht so viel. Aber ich fände es schöner, wenn es noch ein bisschen höher wäre, wo dieser Entfeuchter reingestellt wird, sodass er einfach stabil hält. Und als dritten Punkt ist mir auch noch aufgefallen, dass generell das Kunststoffgehäuse, beziehungsweise die ober- und unterzeit davon, nicht hundertprozentig fest drauf sitzen. Ich glaube aber nicht, dass die dazu bestimmt sind, abgenommen zu werden, weshalb ich nicht sicher bin, wie lange das Teil tatsächlich noch hält. Generell erst mal, wenn man es einfach irgendwo hinstellt, ist es ja egal, wie stabil diese ganze Konstruktion ist. Aber es ist mir eben aufgefallen. Nun kommen wir zum Fazit. Alles in allem, denke ich, der Erfeuchter erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Er hat im Bad Feuchtigkeit aufgenommen, im Auto auch. Und auch im Schrank hat er merkbar Feuchtigkeit aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher, wie er sich verhält, wenn man ihn zum Beispiel dann in den großen Kellerraum stellt. Ob er da wirklich so viel ausrichten kann oder ob er dann alle zwei, drei Tage regeneriert werden muss. Aber ich denke mal, so für kleine Anwendungen, wie schon der Hersteller sagt, also in Schubladen oder im Kleiderschrank, die ganze Geschichte mit der Regeneration in der Station klappt auch problemlos. Außerdem würde ich sagen, die Kritikpunkte, die ich an dem Teil habe, die sind eigentlich verkraftbar, weil den größten Teil der Zeit liegt es eh einfach nur irgendwo rum und in Feuchtigkeit auf. Dementsprechend denke ich, dass man sich das Ding, sofern man es denn benötigt, weil man irgendwo Feuchtigkeit wegbekommen möchte, sich auf jeden Fall holen kann. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es für große Räume geeignet ist, zum Beispiel um Feuchtigkeit aus einem großen Keller zu bekommen. Aber wie es der Hersteller schon bewirbt, für Schubladen, für Kleiderschränke, denke ich, kann man das auf jeden Fall verwenden. Damit geht eine Empfehlung raus an alle, die Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit haben. Da kann man den auch gerne mal ausprobieren. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir gerne einen Kommentar, ein Like oder auch ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.